Willkommen zurück zu Avatar. Ich bin Alferobo und wir rufen mal den Geek ran. Nee. Ich will was schönes vielleicht noch. Ne, weil nicht. So. Wir müssen... wasser, wasser, wasser. Ah, da sind wir sogar. Irgendwo eine Erinnerungsmalerei. Wir können nicht... Da ist auch noch was. Ne, mal hier noch einer. Aber da wusste ich nicht, wie ich dran komme. Wollen wir vielleicht gucken später. So, da ist glaube ich ein Tachi-Tachi-Bahn, wenn ich das richtig sehe. Jo. Wird ich mich mal... ...seht. Aber mehr als getroffen sind die Bäume um die Hitschstellen. So, und hier ist dann noch... ...die Dinger, die ich so gerne mache, ne. So. So. Aber der letzte war ja eigentlich richtig entspannt. Muss das sein. Deswegen. Ach ja, ach ja. So. Dann schauen wir doch mal. Jo. Oh. Abzockungen, Abzockungen. Ähm. Perfekt. Fertig. No. Oh, ja, oh, ja. Oh. Oh. Ich bin am Leben. Oh, jetzt fängt der doppelte Kack wieder an. Toll. Das ist immer das letzte Mal ja gespart geblieben. So. So. Uh. Spüre die Welle, oder was? Das hört mich gerade an, das Spiel. Hab das auch mal als Kind gemacht, wenn ihr mit euren Augen seid, über die Straßenschilder und so gesprungen solltet oder bei Autos? Wenn ihr Auto saßt. Das hab ich mal gespielt und wie sie über die Straßenschilder gesprungen und so weiter. Oh, halt schon Knopf. Ach ja. Das hört mich gerade daran. Alle sind so gleich in ihrer Fantasie. Alle sind die Kinder. So. Und manche sind aber nervig, haben nervige Kindheitsänderungen, so wie das hier. Du, 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 yo, 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 oui. Ups. Warum? Vor allem, was schön wäre, würden sie wenigstens währenddessen... reden. Sich hier im Dialog erst danach halten. Weißt du? Wäre wenigstens schön. deja. Sono in einer Zeit Extra, nach der Zeit. Ui, natürlich. Gefiel. Mh, ui, 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 ui. Mh, hm, hm. Titi, titi, titi. Titi, titi. Wolltest du, lass mich, löse mich. Mh. Mach mir die Blume, oder was? Jetzt war es, glaube ich, schwierig. Ach Gott, so Dank. Alles Leben in der Höhenprärie ist vom Wind geformt. Das Land, die Bäume. Selbst mächtiger Stein muss sich den Briesen beugen. Und nicht nur das. Eigentlich die gesamte Sessua-Kultur. Ihre Leben, ihre Erinnerungen und Geschichten. In allem folgen sie der Richtung des Windes. Aber wie können andere Clans davon wissen? Obgleich die Sarin-To ihn nicht mehr davon erzählen können. Vielleicht haben sie ja davon erzählt. Also, was tun wir uns. Ach so, das ist ein Viecher. Gut, dann haben wir das auch. Alles sehr schön. Dann würde ich sagen, ja, da habe ich ja in der Engel nicht gefunden. Wir können ja doch das mal hier probieren. Ich würde das gerne schaffen. Deswegen. Das ärgert mich. Ich will besser alles haben. Was ich will das gemacht haben. So. Hier ist echt windig. Hier ist so viel los. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hin will. So. Das ist ja wohl klar. So. Da könnte ich da aber schon bringen, oder? Oh. Dankeschön. Vielleicht komme ich ja dann zur Wandmalerei, oder so. Ja. Aha. Nee. Wieso kann ich die jetzt nicht machen? Oh nein. Ich muss die machen mit der Story. Mit der Story. Daneben, bist du da so. Oh no. Was ist denn ausrüstungskapel? Oh. Ja. Was ist denn? Den soll ich schon machen. Okay. So. Der ist spring. Und. Ja. Wagen. Den soll ich nicht machen. Schwungbar. Okay. Dann gab es da ja noch. Irgendwie. Bei mich. Oder nicht. Jetzt bin ich wieder zurück. Dann gehen wir zurück. Aber vielleicht soll der Baum auch mal später heilen, oder so. Muss ich nicht schwemmeer sehen. So. Der da auch noch. Bei dem war ich noch nicht. Bei dem da war ich noch nicht. Dann kommen wir für hier lang. Und ich habe mal hier der Baum. Dann haben wir den auch. Schon mal, ne? Ich weiß, wie ich da hinkomme soll. Und das Denkmalerein, den kann ich nicht machen. Okay. Und dann sind wir da fertig. Gut. So, hier haben wir es mehr aufkommen. Ich könnte ja mal eben noch schauen, ob ich jetzt noch was erstellen kann. Äh, da war er. Da, da, und dann da hab ich es. Okay. Äh, nur die gute Wurzel. Ich weiß nicht, dass ich das denke. Aber wise Quark ist viel zu bröckelig. Auch ich die Wurzel noch. Oh, der ganz doof gefuckt. Ja, die Blödiebe richtig hierfür. Hm. Ja, das macht den Bogen. Das ist die Qual der Wahl. Sozusagen. Ja, komm doch mal den eben hier. Zack, so. Und, ähm, bitteschön. Meine gute Sache, mir verschwindet. Äh, gib mir mal einen Korb. Wir kennen wieder atmen. Ich habe nur das Beste, weißt du? Hm, ich hab auch noch das bekommen. Auch nie. Und dann fange die Mann. Hier auch noch was. Das hab ich denn hier auch. Klang und sich feste Aktivitäten. Ja, gut. Was ist von allgemein gesund bei aktiver Stärkung durch Essen? Das ist nur dasselbe. Nehmen wir den mit. Äh, Medizionsbeschenkungen. Hier kann ich nur Spezial-Money. Schwerer-Bogen. Schwerer-Bogen. Hat nicht echtes Interesse. Da muss, ähm, vielleicht ein Fernkampf wieder auch stimmt. Beim Reiten. Wird das Symptom eigentlich. Aber gut. Weißt du, was soll's machen? Eine Ecke. Flieg hoch und stolz. So, okay. Wir haben da mehrere Sachen jetzt. Gut. Also. Also. Den haben wir auch noch, ne? Trittisch. Stimmt. Das Blut hat's. Hab ich schon noch in der Tasche. Ah. Gib ich halt das ab. Mach ich einfach alles so zu ready so. So. Be, 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 be. So. Wollen wir nochmal ein Bluthalz da? Bitteschön. Wie schmutz das für? Cool. So. Die Muscheln. Einfach so viele machen wie möglich. So. Weil ich hab viel mehr Spaß, wenn ich dann wirklich was in Waffen oder so viel machen will. Also für eine Waffe was machen möchte. Weil ich dann viel mehr Spaß, äh, das war Brustmutz. Also hier. Zack. So. Dann hatten wir jetzt noch den Bogen, ne? Ja. So. Ja, mein Destin auch alles erledigt. Geiler. Cool. So. Zack. Und diesmal soll es auch wieder funktionieren. Dankeschön. Und da habe ich es einfach noch am falschen Ding abgegeben. Damit. Und natürlich auch sein. Dass ich einfach am falschen Ort war. Ich wüsste echt gerne, wie ich da hinkomme. Das ist noch ein bisschen was. Hast du's? Da wieder ein Knochen. So. Oh. Oh. Ja, wie komme ich da hin? Da war... Ja, weil das Loch des Todes irgendwie, ne? Ja, das ist auch wirklich einfach was mit einer Story. Stimmt, das könnte natürlich auch sein, ne? Also kompliziert könnte ich mir das richtig vorstellen. Eigentlich. Oh, wir sollten mal nachts hinkommen, ne? Wenn wir nachts hinkommen können, können wir vielleicht den Eingang sehen. Äh, so. Gibt's hier vielleicht diesen komischen Schliefergras? Was ist denn hier drin eigentlich? Das Ding leuchtet so. Ist echt was drin. Alter. Kannst du dich einfach mal da festhalten, vielleicht? Nichts Takt in der Pflanze, oder was? Also stinknormale Wasser, denkst du, möchtest du? Oh. Genug. Ja, ist gezeichnet, je. Dann lass mich mal fliegen. Egal. Okay, wir gehen wieder hier hin. Dann rumgespielt. So, okay, gut, dann haben wir das alles. So, dann... Soll ich noch eine Quest auswählen? Ach, guck mal, jetzt haben wir nur noch fünf Papier. Ist doch schon mal deutsch weniger. So, wir sollen dir da folgen. Wenn sie mal hier will. Du siehst den Konkurrenzhaus. Hallo, da ist Stefan, oder? Sparen, wir hätten sie hier. Wir haben einen Gutsch gehabt. Ich glaube, ich habe ein Zelt fliegen gesehen. Oh no. Nicht ein ganzes Zelt. Jetzt kann ich mit dir klatschen. Die Saison sehen dich, Freunde. Möge dein Schritt leicht und sanft sein, wie der eines Kindes. Du teilst mit dem Clan, der Clan teilt mit dir. Und zusammen decken wir alle Bedürfnisse. Okay. Oh, wollen wir das? Ja. War das schon mal abgeschlossen? Oh, wir kriegen dann nämlich Erschleuner. Und zerbrechen, zerbrechen, zerbrechen. E gut, aber der hat, der hat stärker. Und hat vor allem viel mehr Effekte. Warum sollte ich den nicht nehmen wollen? Ich geh mal hier hoch. Bist du das, Demstucher? Für eine... Schön, dass du da bist. Schau mal. Ich dachte, wenn ich die Drachen loswerde, wird die Trauer weniger. Genau wie wenn man einen toten Ast vom Baum schneidet. Aber Trauer ist keine Krankheit. So stahl ich mir auch meine Erinnerung an Naku. Der Drachen am Boden. Er ist neu. Meiner. Der Erste seit langer Zeit. Er trägt meine Erinnerung an Naku. Aber ich kann ihn nicht alleine steigen lassen. Ich lasse ihn gern für dich steigen, Pfad Sack. Willkommen im Lager. Und pass auf dich auf. Willkommen im Lager, danke. Dass du so nett zu mir bist. So. Bitteschön. Ich hab gedacht, weil hier oben geht's auch zum Beispiel zu den Drachen. Naku. Naku. Zwingen. Ich weiß, dass du mich hörst. Ich habe dir mein Herz verschlossen, um alleine zu trauern. Es ist Zeit, dass wir wieder frei sind. So frei wie der Wind in den Ebenen. Dort sehen wir uns wieder. Meine Liebste. Die Drachen verkünden ein Feier. Aber ich kann sie nicht ansehen. Die Sakru billigen dich. Und das reicht mir aus. Das war wunderschön, Pfad Sack. Bist du okay? Nein. Aber es wird besser werden. Ich brauchte das. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Bitte nimm dies als Dank. Ich bleibe eine Weile hier. Mit meinen Erinnerungen. Okay. Schön. Ein Limmenschutznutz. Okay. Cool. Dann schauen wir doch mal. Fusara Zand. Zand Sponsentschein. Wenn deine Gesundheit hat. Okay. Ah ja. Das ist jetzt gar nichts. Bist du jetzt gar nichts für die Säge. Was haben wir hier noch? Die Knochen. Wenn wir Steine hatten und Holknochen. Alles unterschiedlich. Angeblich. So. Gut. Dann lassen wir das mal so. Die Sachen hier in unserer Tasche lassen wir auch mal so erst mal. Weil wir jetzt eben mit der Kleinkunsch schon relativ hoch sind. So. Fähigkeitspunkte. Sechs Stück haben wir auf. Okay. Was nehmen wir denn da noch? Okay. Was nehmen wir denn da noch? So, was haben wir denn da noch? So, was haben wir hier noch? Verzerrfung. Kommt, ich stelle doppelt so viel Energie wieder her. Äh, dann nehmen wir denn hier noch. Und noch mal ein bisschen mehr Energie. Okay. 10, 8, 10, 8, 5. Okay. Und halt hier jede Menge noch. Sehr, sehr schön. Und so haben wir jetzt hier. Und so haben wir jetzt hier. Da wissen wir noch nicht, wie ich das machen soll. Das kann ich nicht machen. Da bin ich nicht, habe ich nicht das Level für. Hier habe ich jetzt gerade keine Lust mehr zu suchen. Da reicht mir das hier noch. Dann schauen wir mal. Was wir da noch zu haben. So, wir müssen eben diese Rüchte. Okay. So, dann let's go. Dann schauen wir da mal. So, dann schauen wir mal. Ich will tief trübsen. Tja, wir sind nicht mehr im Positionsnächster bei euch, glaube ich. So, haben wir hier noch ein schönes Anloot oder so? Ach da. So, wo bin ich denn da unten? Ja, ist aber noch ein Schaumixer. Aufgepasst. Er stellt mit den Stoßzahn- und Klauenlagern Pläne für Lieferungen zum Posten. Hier ist zu viel los. Das ist zu auffällig. Koordinaten liegen bei. Hast du gehört, Daylan? Ja, aber was wird geliefert? Und was ist der Posten? Tja, wer ist das der Bösten? So, viele Fragen. Ich hab's mal einfach schon mitzutzt. Na gut, hab ich aber rausgelegt. Was ich halt so viel Teil im Grundspiel sagen. Aber ganz ehrlich, manchmal sind die Beschreiber irgendwie, wie man ja gesehen hat. So, willkürlich. Was will ich denn durchsuchen? Gerade hier. Achso, das ist mir die Dickner. Okay. Ich war so, so... Naja. So, vage. Was ich echt vorbeirat, dass ich so blöden Eikings habe. Und da finde ich halt in so einem dichten, wachsenen Wald, so einen kleinen Pläne normalen. Deswegen, also... Zwei Punkte? Okay. Wahrscheinlich im Mittagern erst. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber gut. Okay. Zui. Ziu. Ja! 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 Oh, hilfst du mal. Ernsthaft, hilft bin ich? Ja, hörsch dir, ich hab von dir nix, hm, na jetzt, dann schauen wir nochmal hier, tipp tipp tipp, schön ein bisschen herausfordernder. Zeit fürs Geschäft, bringt die Fallen aus und prüft eure Visiere. Der Markt daheim ist riesig, solange es von Pandora kommt, bezahlt jemand dafür, um es auszustellen. Sie wollen Trophäen. Wir müssen sie stoppen, Dayla. Los, nehmt! Bleiben wir mal drüber. So. Er hat einen Führer mich jetzt aber gerade getötet, aber... Ja, das greift mich halt allein, ne? Nicht zu meiner Verteidigung sagen. So. Ähm... Ähm... Was machen die das plötzlich? Na, ob jetzt irgendein Typ dann irgendwann mal irgendein Ding... Wie teuer ist das denn so ne Trophäe? Ähm... Ja! ... ... ... So, ich wohl finde das echt effektiv. Läuft doch nicht weg. Hallo, oh, wer hat jetzt wen erwischt, hm? Bleibt von den Steinsäulen weg! Ich will keinen Samson mehr im Wartungs-Doc sehen, es sei denn, er ist mit Schweren geschmickt. Steinsollen. Oh, ich wette, ich weiß, wo diese Hütte sein könnte. Und wir haben ein Code. Ich muss nur rausfinden, was der öffnet. Ich sollte zuerst die anderen Tiere befreien. Und den Schwestern dann sagen, was wir gefunden haben. Äh, was war's? Okay, welchen Kampf führe ich gerade aus? Ich warte auch noch auf meinen Kampf, aber okay. Ja, gegen was kämpfe ich denn? Ist es nix rot oder so? Ich habe alles erledigt. Fliege schuld. Fliege schuld. Fliegen wir! Ich glaube, ich habe einen Raubtüter befreit. Ja, ja! Ich habe meinen Zeit in den Kamerankampf. Jetzt sollte ich spätestens... Na, ja. Dann halt nicht. Dann fliegen wir halt. Müssen wir nochmals ein Spielzeit generieren, ne? Dann fliegen wir noch mal. Wollen wir überhaupt nachhören? Ich fliege ja straight eigentlich. Deswegen... Wieso? Da werden die angegriffen. Jetzt könnte ich nicht schnauern. Wow. Jetzt muss ich auch nicht beim Raucher. Zack. So, was sollt ihr hier noch los? Na schön. Nicht quatschen. Ist schon das schön. Die Saren. Du wirkst verstört, Kriegerin. Was hast du gesehen? Tiere. Ich habe versucht sie zu befreien. Sie töten sinnlos. Lassen das Fleisch verrotten. Eowas' Nahrung macht sie krank. Ha! Sie sticht ihnen in den Magen. Sie nehmen nur, was sie anderen Himmelsmenschen verkaufen können. Als Trophäen. Sie haben keinen Respekt für das Leben hier. Harding ist ihre Anführerin. Sie ist grausam. Sie bringen alles zu ihrem Lager jenseits der Steinsäulen. Wir werden es ihr mit gleicher Münze heimzahlen. Geh. Wir folgen sobald wie möglich. Bleib wachsam und kampfbereit, Zarentou. Auf den Ebenen findet man definitiv bessere Rüstungen. Du hast unser Zuhause gefunden. Und unsere Herzen. Yay. Okay. Die Jagd hat er da. Da waren wir schon. Ist das mal was mit der Jagd? Ich bin da auf sich, Schatz. Ich kann mal holen die was als nächstes tun. Kann ich mit leben. Gut. Was haben wir hier? Eine neue mit. Okay. Ah. Äh. Ja. Nicht mal eine besser. Und hier. Ich würde mich so halt runterziehen. Mann ey. Ich geh halt mal einen Punkt. Okay. Und wir haben einen neuen Entwurf bekommen. Der. Der Maungsreiter-Schleuder. Okay. Ja. So. Können wir uns sogar machen. Aber nehmen wir den Schiff nicht. Nee, das können wir nicht machen. Äh. Ich weiß nicht. Ich bin es. Ach da. Der Ding da. Schwere Feuerpfeiler. Und ein Feuerbogen. Cool. Dann haben wir hier noch die Gormekheft. Genau. Stimmt ja. Okay. Und dann Rezepte. Aber wir ja gerade wahrscheinlich. Was wir gerade bekommen haben. Ich finde das schon nicht. Ich greife Rezepte. Hier ist nichts markiert. Dann gehe ich jetzt hier hin. Und dann gehe ich den. Sturmgleitersuppe. Ach Sturmgleiter. Ja gut. Sturmgleiter. Ja. Müsst du alles mal finden. He 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 he. Okay. Gut. Dann müssen wir es sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.